Willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included oder wie ich es nenne, äh, der Bug im Bug im Bug im Bug mit dem Plutored Water, das hier nicht raus will. Ich hatte gehofft, dass das Plutored Water sich hier gemütlich verteilt. Es mag nicht. Und ich bin gewillt, dem hier ein Schnippchen zu schlagen, indem ich hier ein Teil hinsetze. Und der dann hier massiv Probleme kriegt. Und dieses Teil kriegt von mir jetzt die Prio 9 und dann explodiert hier gleich alles. Dann macht sie gleich BOOM und der ganze Server explodiert. Dann wird das Spiel aus dem Steam rausgelöscht, weil ich ein Ding der Unmöglichkeit geschafft habe. Pog. Wo ist das Wasser jetzt hin? Hä? Ähm. Da war doch gerade noch ein paar tausend Kilogramm Wasser. Wo ist das hin? Ich glaube, er hat die paar tausend Kilogramm Wasser hier gelöscht. Ich glaube, er hat sie gelöscht. Kann das sein? Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Hm. Ähm. Ich... Ich... Ich glaube, man muss es nicht verstehen. Gut. Prio. 777. 777. 777. 777. Okay. Passt. Soweit. Hier wird gegraben, graben, graben. Schön. Oh, Gott. Da mal kam. Hey, du. Okay. Ich glaube, das reicht hier schon von der Höhe. Ähm. Wir canceln mal die ganze Geschichte hier. So. Und graben uns mal hier gemütlich in den Berg rein. So. Viel Spaß dabei. Boing. Weil es so schön ist. So. Hier den wollen wir weiter graben. So. Und dann hier oben. Dick. Schön. Food shortage. Und schön. Mit dem Essen klappt er nicht so gut, ne? So. Jetzt warte ich hier ein bisschen, bis ich das Ding wieder einschalte, bevor hier... Also ich lasse den Wasserstand mal hier runterfallen, bis auf den Wert hier. Und dann schauen wir mal. Weil jetzt gerade haben wir hier eh, äh, wenn ich es richtig sehe, eine ganze Menge Raum. Moment mal. Jetzt wollte ich gerade gucken. Das hier. Also hier sieht es gerade eh ganz gut aus, weil hier tonnenweise Wasser ankommt. Ja. Sieht doch gut aus. Also ich bin damit eigentlich ganz gut zufrieden. Und was Chlorin hier unten nervt. Dass ich mir wieder irgendwo eingefangen habe, das kleine Chlorin hier. Das böse. Das böse, böse Chlorin. So. Drap Dekor. Okay. Jetzt geht es denen eigentlich alle gut. Ich habe übrigens noch nie einen Dupliker, das Ding hier nutzen sehen. Den Hand Sanitizer. Ich glaube, null Kalorien. Leute. Consumables. Wir haben, hm, gar nichts mehr. Ihr fresset wegen mir die Mush Fries, aber esst was. Die hier komme ich gar nicht mehr. Was ist denn die? Prioritize. Sechs. So. Jetzt macht er um Gottes Willen mal die Dinger rein. Damit die mal wachsen können. Awaiting Fertilizer. Ja. Haut da mal rein, Junges und Mädels. So. Plötzlich geht's. Mann, 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 Mann. Food Beyond Reach, Circuit, Overloaded. Was? Was? Nein. Overloaded damage. Oh no. Haben wir ihm hier etwas? Alter. What? Ich hab da wo zu viel angeschlossen. Da muss ich doch mal gerade... Moment. Power. Wire Bridge. Dahin. Und... Moment mal. Ähm. Shit. Wir nehmen hier... Aber wie viel haben wir denn hier? Äh, Stab, Halt, Elth. Äh, wir haben hier 120, 240... Vier... Äh, 360... 500, 600, 700... Und die beiden hier noch, die sind zu viel. Äh, wir... Deconstruct Wires an dem Punkt. So. Dann soll das funktionieren. Okay, die haben jetzt gerade keinen Strom. Das Ding hier... Prioritize... 7... Go. Hm. Alora. Was ist los mit dir? Grimey, Soggy Feet. Wieso ist das schon wieder... Hast du es... Hier ist noch Wasser. Mob mal. Mob da mal lang, du. Mobmann, du. Okay. Hier sinkt der Wasserspiegel. Angeblich 6.000 und. Also in der Theorie liegen da 6.000 Wasser. Es schwankt ein wenig. Wenn ich das so sagen darf. Angeblich leichte Schwankung. Äh, ja. Das muss man jetzt nicht verstehen. Absolut. Foodshot ist... Ich weiß. Ich weiß es ja. Wenigstens haben wir hier jetzt... Ordentlich... Zeusch. Cannot irrigate ist klar. Cannot fertilize ist auch klar. Soggy Feet schon wieder. Ach, von hier kommt natürlich Wasser nach, weil das... Die ganze Zeit nach... Sipf, Sift. Naja. Es ist halt so. Er ist da dabei. Einsammeln. Genau. Algen. Gut. Ähm. Der Clay, Schleim. Gehst du etwa hier hin? Brav. Brav war deine Duplikant. Kohle hätten wir erstmal noch. Ah, die wird da abgebaut. Okay. Sieht so auch ganz gut aus. Ähm. Könnt ihr mal bitte hier mit Prio 7... ...den Scheiß wegdicken. Danke. Also das mit dem Wasser hier, das Funktion nuckelt nicht so recht. Das ist doch nicht wahr. Das stimmt nicht, was ihr da veranstaltet. Das ist einfach... Das kann nicht sein. Die Construct. Das hier und das hier bitte noch. Okay. So. Dann. Dick. Das da. Okay. Das dürfen sie noch weggraben. Gramm. Nicht Kilogramm. Das macht schon mehr Sinn. Und wie gesagt, ich lasse das hier jetzt einfach mal so stehen. Warum Sandstone? Liquid Pipe. Hat der Hintergrund wahrscheinlich, was dahinter ist, oder? Nö. Egal. Egal, 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 egal. So. Dick. Weg. Weg. Bitteln legs resources. Wir haben keine... Keinen Schleim mehr. Deswegen dick. Prio. Acht. Oder sieben machen wir mal hier. Da hin. Das hier kriegt auch eine höhere Prio. Sechs. Wir machen jetzt mal den Berg leer. Ich würde mir mal vorstellen, wir machen hier mal gemütlich den Berg leer. Wir räumen hier auf den Berg auf. Ich finde das gut. Wir haben 3000 Kalorien. Das ist ein bisschen wenig. Ja, die Mannschaft hier, die ist schon ordentlich auf Achse. Also die muss hier schon was leisten, muss ich sagen. Äh. Jetzt ist hier gerade mein Finger schlafen. Wie ist das mit meinen Fingern los? Jetzt fühlen die sich gerade so. Ich bin wahrscheinlich einfach zu müde. Tja. Ist ja auch schon, äh, 1 Uhr nachts, ne? Es ist lange her, dass ich mal so spät aufgenommen habe. Ich glaube auch, nach dieser Folge werde ich gleich mal ein Päuschen einlegen. Glaube ich. So ein bisschen. Das wäre ganz ratsam. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich jetzt mal gleich eine Pause mache. So. Sieht alles ganz gut aus. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Water, water, oder wie? Ja. Schön. Hier haben wir noch ein bisschen Natural Gas. Hier tun wir uns hier das Chlorin. Das sich hier ja auch schon zusammen aufgetan hat. Da wird geduscht. Sie duschen hier dauerhaft, habe ich das Gefühl. Hand sanitizer, sieht auch gut aus. Kein Strom. Kein Strom. Wir haben gerade zu wenig Strom. Ja, leckt mir am Arsch. Wir haben hier genug Hydrogen, aber zu wenig Strom. Dann sollte ich doch mal hier noch einen zweiten Hydrogen Generator hinstellen, oder? Power. Hydrogen Generator. Äh, da fehlt ein Teil. Äh, ja, ich muss den noch, warte kurz mal. Cancel. Da hin, da muss noch ein Teil drunter, da setzen wir dann. So. Okay, und dann müssen wir hier noch. Das hier hätte man, könnte man da ein bisschen, danke. Dann muss ich hier mal, mit einer Plumbing, Liquid Pipe Bridge, Gas Pipe Bridge. So. Und eine Gas Pipe. Und... Heavy Wadwire. Go. Und eine hohe Prio. Go, go. Ach ja. Plötter Heiß. Bitte. Danke. Lieb von euch. Dick. Das da auch noch weg. Schön, wie ihr euch hier durchgrabt, doch. Das ist sehr schön. Ich glaube auch, ich sollte mir noch mal ein oder zwei Manual Generators hinstellen. So. Dann können hier noch mehr, warte mal kurz, Vitals. Ja, das sieht ganz gut aus. Äh. Jobs. Power. Du darfst Power, du darfst Power. Du wegen mir auch. Du auch, du auch. Ich dürfte alle Power'n, wenn ihr wollt. Oh, noch jemand. Hallo. Mima. Oder... Oh, hier, der ist gut. Can't dig it. Muss er auch nicht. Er muss rennen. Äh. Komm mal her. Power. 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 Power, Power. Eingang, Ausgang. Genau. So, muss das Ding. Prioritize. Sieben. Danke. Bitte, 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 bauen Sie. Bitte, 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 bauen Sie. Food, Beer und Twitch. Nein, das stimmt gar nicht. Ihr lügt. Consumables. Naja, tut gut. Wenn natürlich kein Essen da ist, dann ist natürlich Food, Beer und Twitch. Das stimmt schon. Kommt, Leute. Baut das hier fertig. Was ist hier los? Prioritize. Das hat doch schon eine hohe Prio. Muss ich erst eine sieben geben, dass ihr hier... ...anfangt hier... ...e Auto zu harvesten. So. Jetzt aber mal los hier. Hier unten dürft ihr euch auch noch was bauen. Insufficient Oxygen Generation. Unschön. Hier wird Schleim geholt. Oh, er hat noch wieder Schleim geschissen. Gut. Dankeschön. Puffy. Danke, Puff. Das machst du super. Ja, ich muss das hier alles nicht so ganz verstehen, ne? Sieht aber alles gut aus. Das hier können wir erstmal stehen lassen, das Ding. Ich will jetzt erst warten, bis hier das Wasser weg ist. Ich hatte eigentlich gedacht, ich kann polluted water und normales Wasser einfach zusammenschieben. Das hatte ich zumindest gehofft. Sagen wir es mal so. Aber... Da ist Wasser. Das blutet was. Eigentlich... ...hätte ich mir das so vorgestellt, dass das funktioniert. Naja. Kann jetzt mal hier einer harvisten? Auto Harvest. Ja bitte. Prio 7. Ja bitte. Go. Leute. Harvest. Kann jeder. Freunde der Nacht. Was macht ihr hier? Warum erntet hier keiner? Ja. Ich hab das Spiel wieder kaputt gemacht. Shit. Ähm. Achja. Ich brauch wieder mein neues Bett. Fällt mir ein. Furniture. Cod. Go. Ich hab das Spiel wieder kaputt gemacht. Hab ich das gut gemacht? Bitte sag, dass ich das gut gemacht hab. Ja, das Essen schmeckte nicht. Ich weiß. Ich kann's grad nicht ändern. Food Beyond Reach Audio. Naja. Nein. Du kannst was essen. Es ist nur nichts da, was du essen willst. Und ich bin hier voll dabei, hier Essen zu machen. Aber ihr fresst mir die Haare vom Kopf. Und die Maschgeschichte. Ja, da endlich. Hat doch lange genug gedauert, dass ihr hier mal anfangen, ne? Um das mal so anzumerken. So, dann darf er hier nämlich wieder Leislobs produzieren. Bitte. Gut. Wir haben das auch geklärt. Wir haben Zeug, wir haben Klumpf, wir haben alles. Ähm. Boah. Gut. Also jetzt grad bin ich wieder mal an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich bin überfordert. Yay. Also juhu, ich bin überfordert. So wie juhu, es ist alles yay und alles geil. Hier und wisst schon wieder was gebaut. Hier und das Chlorin kommt. Also so langsam aber sicher, gut, der Stresslevel hier ist bei allen grandios niedrig. Finde ich fabulös. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wirklich. Aber, es ist so. Ja, jetzt können wir hier noch sagen, dickt hier mal ne Runde. Und dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Es würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und diesen Part bewertet und kommentiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Oxygen Not Included. Und bis dahin, tschau. Und wir gehen passend ins Bett mit Cycle Nummer 50. Tschau.